So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld und in dieser Folge wollen wir uns jetzt mal erstmal hier drum kümmern, dass wir... Warum? Wir haben doch... Alter, jetzt Fälle einbauen, bitte. Oder wir machen hier... Dann ziehen wir halt hier eine Schieferwand ein, ein Stück. Dann bauen wir hier die Wand auch zu. Wir müssen zwei neue Geschütze hinstellen, die sind beide kaputt, was zum Glück ist, nichts Schlimmeres passiert. So, dann können wir ihm hier anwerben und wir wollen Medizin ihm geben und ein freundliches Gespräch natürlich. So, mal gucken, der Dicke. Ihm können wir nichts abbauen, er ist auf jeden Fall schon tot. Noch eine einfache Mahlzeit dabei, eine MP, sehr schön. So, was hat er eher? Eine Lee Enfield. Wie sieht's beim Koinecker aus? Leichte Malaria unbehandelt, was ist da los? So, extreme Schmerzen. Wir müssen natürlich hier Oberarmknochen gebrochen. Danach geht's... Müssen wir hier bei Koinecke weitermachen, sonst... Dass wir hier ihn... So... Gute Qualität, Allah. So, er hat noch hier zwei Dinger, linkes Bein und Oberkörper, Schuss, improvisiertes Geschütz. Das hat ihm schön heimgeleuchtet. Und dann gucken, dass wir Koinecker ans Leben kriegen. Unbehandelte Malaria ist natürlich sehr schlecht. So... Was macht sie jetzt? Halt Koinecke, sehr gut. Okay, dann müssen wir hier oben... Ja, dann müssen wir schauen, dass wir hier die Wände erstmal wieder zukriegen. So, dann wären wir quasi schon wieder zu dritt. Dann wären wir zu dritt. Er heilt aus. Wie lange dauert das? Sehen wir das eigentlich? Verletzt. Minus sechs, verbunden. Gut, er hat starke Schmerzen nur noch, aber er wird, glaube ich, wieder. Bei Koinecke bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, leichte Malaria nach wie vor behandelt. So, Essen könnte er auch gebrauchen. Leichte Schmerzen nur noch. Also er ist einigermaßen wieder auf dem Standard, sag ich mal, den er normalerweise hat. So, jetzt wird hier das Speisesymbol da angezeigt. Türen gebe ich alle mal wieder frei. Da oben die Wand müssen wir noch einbauen. Dann können wir den Tag beenden. Ja, oder wir beenden den Tag zuerst. Er ist im Moment eh noch am Arsch. Er kann eh nicht viel machen. So, ich schalte mal hier die Lampe zu. Wächst mit 45% Geschwindigkeit, weil außerhalb des optimalen Temperaturbereichs draußen sind es nur noch 5 Grad. Hier drin wird es auch schon kalt. Hier sind nur noch 8 Grad. Wir brauchen also hier bald eine Heizung. Wir müssen allerdings auch unsere Verteidigung wieder aufbauen. So, hier können wir mal ein freundliches Gespräch durchführen. Ich hoffe, dass Koinecke wieder auf die Beine kommt. Einen Waffenhändler brauchen wir jetzt momentan gar nicht. Wie ist denn jetzt hier sein Status? Ich meine, zur Not könnte man ihn wirklich zu einem Sklavenhändler verkaufen, wenn er nicht will. Aber andererseits sollten wir ihn auf jeden Fall anwerben. Da gibt es gar nichts. So, was machst du hier? Ja. Hä? Füttert mit leckerem Mahlzeit. Achso, der liegt ja noch. Ja, und danach bitte die Wand bauen. Dann müssen wir hier Heizungen errichten. Also, die haben wir jetzt richtig ordentlich noch zu tun. Ist gar nicht mal so schlecht, dass wir diesen netten Herrn hier lebend gefangen haben. Wenn ein Händler exotischer Güter kommt, können wir dem seine Sachen verticken. Der hat einen Energierüstungshelm. Guck mal, eine Synganjacke hat er auch an. Die kann sich Schmidt mal anziehen. Die wieder jeden Scheiß macht, nur nicht... Händler exotischer Güter, sehr schön. Das heißt, wir können hier Dicci dann gleich... Obwohl, wir brauchen im Moment auch nichts, ne? Medizin wäre nicht schlecht. Was haben wir noch an Silber hier rumliegen? 24, da kriegen wir nichts für. Ja, wir haben ja noch 10 hier. Und die wächst in drei Tagen ausgewachsen. So, was total geil wäre. Bau doch mal diese Kackwand fertig. Also, Schiefer hat 520. Was hat ein Stahl? Haben wir irgendwo noch eine Stahlwand? Da hinten hat man eine Steinwand. Hier unten ist, glaube ich, eine Stahlwand. Die hat 225. Also, Schiefer ist deutlich stabil. Ich gebe es auf. So, was hat er? Malaria leichter. Ist auch gleich wieder soweit. Vielleicht 78% Immunisierung. So, Gefängnismauern. Schnell noch Hochzimmern. So. Der ist 45, der Gute. So, vom Aufseher überzeugt. Wir müssen, glaube ich, hier diesen Balken, hatte ich ja schon mal gesagt, erreichen, dass es da weitergehen kann. So, im Winter habe ich mir dann überlegt, dass wir hier wirklich diese, diese Arbeiten, was macht sie denn jetzt da? Ach, da kommt auch noch ein Geschütz hin. Ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen hier unten, mache ich wieder zu. Da ziehen wir auch eine Schieferwand oder eine Stahlwand rein. So, der Waffenhändler hat sich verzogen. So, der Waffenhändler hat sich verzogen. So, McCall ist vollständig geheilt. Sehr schön, der ist wieder fit, wie es aussieht. Der scheint auch schnell zu sein. Zeigt mal den Körper an. Keine Verletzungen. Also, ohne bleibende Schäden. Jetzt müssen wir ihn nur noch davon überzeugen, sich unserer Sache anzuschließen. So, während Schmidt Koinecke füttert. Ich hoffe, der kommt wieder auf die Beine. Das ist wieder eine unbehandelte Malaria. Komm, behandle das doch mal. Ja, Immunisierung 80%. Vielleicht müssen wir auch mal ein Stahlbett bauen und dass wir wegkommen vom Holz. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Holzwände, die tauschen wir jetzt hier peu a peu hier oben. Können wir nicht, solange der Call drin ist. So, aber... Gut, das funktioniert. Vielleicht können wir dann auch noch ein freundliches Gespräch mit dem netten Herrn hier durchführen. Momentan Essen haben wir noch genug. Wir müssen trotzdem hier zusehen, dass wir die... Die Sachen hier draußen sind gekühlt. Alles bereit zum Ernten. Wir müssen das allerdings auch noch abernten. Hier ist noch ein Viech tot. Das können wir dann ebenfalls noch wegräumen. Können wir noch Essen draus kochen. Schönes Eichhörnchen-Steak. So. Mal gucken, dass wir ihn hier wirklich überzeugen können. Die Alternative wird ihm nicht gefallen. Können ihm auch die Organe rausnehmen. Alle. Und dann... Also das will er, glaube ich, auch nicht. So, die Stimmung ist gut. Er ist ein bisschen hungrig. Vielleicht können wir ihm auch noch ein Essen hinstellen. Priorisiere, reinige Dreck, ziehe aus. So. Dann gibt es erstmal ein lecker Essen. Ja, hier müssen wir ja, wie gesagt, ich möchte ja die Gebäude sowieso umbauen. So, dann haben wir noch einen Händler von AF Incorporated in der Nähe. Allerdings wüsste ich nicht, mit was wir handeln sollten. Da wir A, nichts haben. So, das kann er sich schnappen. Ich würde gerne mal hier unsere Leute beerdigen. So, er ist nach wie vor krank. Ich weiß nicht, ob wir die Stimmung, Schwelle zum Nervenzusammenbruch, die Stimmung... Ne, steigt ja alles. So, das Eichhorn weg. So, dann können wir ihn hier noch wegmachen. Da müssen wir ein neues Geschütz hinstellen. So langsam aber sicher wird es mir halt schön, wenn wir dann wieder zu dritt wären. So, verrottende Leiche gesehen. Das gefällt dir nämlich auch nicht. Die müssen wir unbedingt hier... Er ist ja frisch noch, aber... Hier oben, der Kollege ist verrottend. Den müssen wir auf jeden Fall wegräumen. So, noch zwei Mahlzeiten kochen. So, dass wir... Ja, wir müssen das alles ernten, Alter. Es ist noch so viel zu tun hier. Es ist der Hammer bei diesem Spiel. Und man sieht mit einer Person, das geht gar nicht. Wir müssen auch noch hier den Gefangenen beaufsichtigen, die Leichen entfernen. Das kann Koinicke dann wieder machen, so wie er wieder fit ist. Ja, generell müssten wir... Entschuldigung, generell müssten wir hier ein bisschen aufräumen noch wieder. So, die beiden interagieren wieder. Und seine Stimmung hebt sich. Natürlich auch das vom Aufseher überzeugen. Das wirkt sich natürlich sehr positiv aus. Man sieht nur leider die Loyalität nicht, ne? Also, irgendwann kommt halt der Punkt, konnte nicht anwerben, Loyalität ist zu niedrig. Irgendwann kommt halt der Punkt, wo man dann die Leute anwerben kann. So, was macht seine Malaria? Ist die... Wann ist die nächste Behandlung? Einen halben Tag noch? Müssen halt auch gucken, dass wir hier das Xyrigium... Nein, alle Pflanzen eingegangen. Eine mysteriöse Fäule hat deine Pflanzen zerstört. Schön, danke. So ein Elend. Keuneke, du musst auf die Beine kommen. Wir brauchen dich wieder, Kollege. Fortschritt der Immunisierung. 85% nix. Aber Handlung bald. Ich hoffe, dass danach Ruhe ist, dass es wirklich... die Immunisierung ist. Oder nicht, wenn er uns stirbt, dann haben wir ein Riesenthema. Und hier die ganzen Blutflecken. Alter Schwierge. Hier sieht es einfach nur furchtbar aus. Ich priorisiere jetzt mit Absicht, dass wir McCall anwerben, weil wir brauchen einfach noch jemanden. Das geht nicht anders. Wir sind auch oberhalb von diesem Dreieck. Normalerweise wird das Dreieck jetzt wieder angehoben. Ich weiß nicht, ob das Dreieck das Maximum einfach anzeigt. Ja, wie es aussieht, ja. Weil das Dreieck wandert. In der Balken ist die aktuelle Stimmung. Das heißt, wir bewegen uns immer zu dem Dreieck hin. So, seine Loyalität ist nach wie vor... Ach so, er hat auch kein Bett. So, jetzt kann er sich pendeln. Keuneke natürlich Heilung jetzt hier. Unbehandelte Malaria am Start. 86% Immunisierung. Ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden. Ich gehe mal davon aus. Man muss einfach regelmäßig... Also, es muss einfach regelmäßig behandelt sein. Wenn die Immunisierung bei 100 ist, dann... Dann ist alles gut. Ein Blut-Immunsystem muss dann quasi gut werden wieder. So, 90. Und das ist jetzt bei 86% nach wie vor. So, Kollege McCall soll Essen bekommen. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier... Sie kann nur noch reagieren im Moment. Das ist im Moment das Riesenproblem. So, weil hier ist auch noch der Will Knight. Hat der irgendwas dabei? Können wir auch nichts rausschneiden im Moment. Ja, wir können noch mal eine Mahlzeit kochen zwischendrin. Dann möchte ich ihn hier auf jeden Fall noch beerdigen, dass er weg ist. Außerdem war es einer von uns, ne? Robin, ja. Zum einen sieht es nicht schön aus. Zum anderen ist es natürlich auch sehr unhygienisch. So, ihn werden wir hier einfach verscharren. Genau wie ihn. Ja, mitten durchs Haus, genau. Trag doch die Leichen einfach durchs Haus. Also so, damit ist er auch unter der Erde. Und was passiert jetzt hier? Hier bauen wir jetzt nochmal den Turret fertig. Hier können wir dann, so wie wir hier wieder Schiefer quasi herstellen können. Wir haben ja hier sehr viele Schieferbrocken. Sandsteine haben wir auch. Ich möchte aber erstmal, dass wir Schiefer erstellen. Dann machen wir hier wahrscheinlich mal irgendwo eine kleine Lagerzone hin. So drei, so ein Dreieck hier. Können wir eigentlich gerade mal festlegen. Und zwar machen wir die hier hin. So, die wird so groß. So, hier an dem Tisch muss man ja mittig stehen können. Das heißt also, wir können die Zone ruhig so groß machen. Und hier kommt rein kein Verrottenes, keine Ressourcen, Rohstoffe. Und zwar Steinblöcke, keine Gegenstände, keine Kleidung, keine Körperteile, keine Leichen. So. Damit haben wir hier das geklärt. Dann können wir nämlich hier Steinblöcke einlagern, die wir dann hier direkt am Tisch verarbeiten. So, für das automatische Geschütz fehlt noch ein bisschen was. Wir haben keine Zeit mehr, was abzubauen. Wir sind wirklich im Moment vollkommen darauf angewiesen, dass McCall sich uns anschließt. Oder dass wir ihn gegen einen anderen Sklaven tauschen können. Das ist natürlich, sind die beiden an beiden natürlich ziemlich geknickt. So, Immunisierung 89%. Ich habe das Gefühl, wenn es behandelt ist, geht die Immunisierung leichter. Dann wäre es natürlich Infektion statt Immunisierung. Das habe ich ja im letzten Part, glaube ich, schon mal, oder weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, ob das jetzt Immunisierung, ob das wirklich dann Immunisierung ist, dass er dann immun ist und die Malaria rum ist bei 100%. Oder ob das Infektion heißt und wenn es halt bei 100% ist, stirbt er. Das weiß ich nicht. So, da innen ist auch nur noch minus 1 Grad. Wir müssen eine Heizung mal aufstellen. Wir sollten das abbrechen. Dann hätten wir hier erstmal ein bisschen Eisen übrig. Dann können wir nämlich hier noch eine Temperatur, da können wir hier nämlich eine Heizung, 100% Stahl haben wir auch nicht. Ja, ist natürlich schon schlecht, ne? Das heißt, wir müssen Stahl abbauen, bevor es hier drin, ich meine, die braucht jetzt kaum noch Strom wahrscheinlich, doch, hoher Stromverbrauch. Ne, komm, pass mal auf. Wir müssen hier erstmal noch zwei Dinger abbauen. Oder haben wir genug? Es wird genau eins fehlen wahrscheinlich, ne? So, Koinecke steht jetzt als Gesunder. So, mit ihm noch ein bisschen schnacken. Komm schon, wirb ihn an, geht immer noch nicht. Können wir das reparieren. Hier noch ein bisschen Eisen abpacken. Meine Gruppe befindet sich auf der Durchreise. Das ist natürlich sehr schön. Dass wir die Heizung noch fertig gebaut kriegen, weißt du? Hier ist jetzt 10 Grad innen, immerhin. Die wärmen sich natürlich gegenseitig, aber Er hat hier drin auch 10 Grad. So, eine Gruppe der Sayo, Cheda, Banzo. Ach du Gott, aber was für eine Riesengruppe da kommt. Es kommen zwei Gruppen, glaube ich, gleichzeitig. Na, das sind ja unsere Freunde. Oder wir haben, glaube ich, eine neutrale Einstellung zu ihnen. Wenn man nur noch sieben... Ja, nachdem die Fäule... Das passiert, glaube ich, wenn man die Ernte zu lange einfach rauszieht. Dann kommt, glaube ich, die Pflanzenfäule. Wir müssen hier drin irgendwo ein Gewächshaus aufbauen. Das ist also ein beheizter Raum, wo wir dann 20 Grad halten. Das wird auf jeden Fall ein Winterprojekt. Wir werden also Bäume fällen, wir werden aus Holz oder Stein, werden mal so einen Wintergarten hier vorne anbauen müssen. Die Höhensonne ist ja schon da, also den werde ich hier so hinbauen. Die Lagerzone, die werden wir ein bisschen verschieben dann zur Not. So, komm. Lass dich anwerben, Kollege, das ist ja furchtbar. Die Stimmung ist doch fast am oberen Ende angekommen. Vom Aufseher überzeugt, 40. Also so langsam müsste eigentlich die... Die Geschichte klar werden. Dann haben wir ja irgendwann eine sieben oder achtprozentige Chance. Zwei Prozent Chance. Also es geht jetzt los. Wir können jetzt anfangen anzuwerben, immerhin. Dann pisst es auch noch. Mal gleich mal hier einen Strom aus. So, die... Ja, trampelt durch das Gemüse. Wir trampeln durchs Gemüse. Wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden. Für uns bezahlt der Staat. Hat damals hier der Röttger Feldmann gedichtet für... Also in Form von Brösel natürlich. Falls das noch jemand kennt. Von Werner. So, und das wird für Koinecke erstmal... Malaria stark. Fortschritt der Immunisierung. Nächste Behandlung ist jetzt bald fällig. So, hier werden wir erst mal die Zieltemperatur auf 21 Grad. Sollte dann langsam steigen. Malaria stark. Ganzer Körper. Du kannst, glaube ich, nichts machen. Ich glaube, Koinecke werden wir verlieren. Ja, mittlere Schmerzen. Blutimmunsystem. Effizienz 80%. Blutkreislauf. Das läuft alles gut. Er kann halt nicht richtig arbeiten. Er kann sich auch nicht richtig bewegen. Sein Bewusstsein ist ebenfalls ziemlich am Ende. Wir müssen gucken, dass wir ihn wirklich behandelt. Priorisiert behandeln. Stark unbehandelt. 96% Immunisierung. Und wir brauchen eigentlich Antibiotika. Heilungsfähigkeit 85%. Wie effektiv dieser Gegenstand beim Heilen von Wunden und Krankheiten ist. Brennbarkeit ist 100%. Aber da können wir auch mal gerade gucken, wie es hier aussieht. Das hat Brennbarkeit 100%. Und die dürften nochmal gar nicht brennen. Null. Genau. So, die Kollegen kommen alle zu Besuch. Gute, grüß dich. Hallo. Setzt euch einfach hin und esst. Genau. Da haben sich alle was zu essen mitgemacht. Ein paar müssen im Regen sitzen. Und wie es aussieht, wird Koinecke wahrscheinlich... Ehe. Hallo. Was geht denn hier ab? Toll. Super. Ins Koma geprügelt. Danke. Da haben wir nicht genug zu tun. Gabela. Depp. Arschloch. Oh, der soll bloß zusehen, dass die da nicht mehr reingehen. Na doch, wir müssen ja da rein. So, ein Stoß. Da brauchen wir ja nichts. Blutet nichts. Hat nur starke Schmerzen. Aber das sollte... Wahrscheinlich wird Koinecke... Hat Schmerzen. Starke Malaria. 97%. Ich glaube, mit ihm wird es dem Ende jetzt zugehen. Ach, Mann. Was willst du machen, ne? Ja, der arme alte Mann. Eine Gruppe Reisender befindet sich auf der Durchreise. Ja, wir können nichts tun, als... zu hoffen, dass es noch was wird. 98% Immunisierung. 99%. Gleich sehen wir, was passiert. So, wahrscheinlich ist McCall bald der Einzige. So, steht bei 99% an. So, die Besucher verpissen sich was im Glück. Ja, hier nochmal schnell sich aufgewärmt. Oder, ja genau. Geht doch einfach hier mittendurch. Es liegt ja nur im Bett und es liegt hier im Sterben, der Arme. Wobei, ich glaube, der Balkenkrankheit wird kürzer schon. So, was kommt jetzt hier ein Handelsschiff, exotische Güter, Sklavenhändler, haben wir auch noch im Start. Vielleicht soll man hier mal den Dreck auch wegmachen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier... Ich glaube, mit Koinecke... Ich glaube, mit Koinecke... Wurde immun. Alter, du sollst... Malaria leicht. Wurde immun. Können wir ihn trotzdem behandeln? Ich weiß nicht, was das jetzt heißt. Er steht auf jeden Fall wieder auf und läuft rum. Ob er die Malaria jetzt überstanden hat? Eine Vorratskapsel. Wo ist das? Natürlich am Arsch der Welt. Jetzt haben sie abgeschmissen Kartoffeln. Naja, super. Was zum Glück haben wir keine Kartoffeln hier unten bei uns. Ich bin mal gespannt, was das... Er ist immun. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall... Ist sie jetzt nur noch leicht. Und er legt sich auch ins normale Bett. Trotzdem... Wir können auch nur noch Dreck reinigen. Dann machen wir das mal. Hm. Okay, das heißt also, dass wirklich diese Malaria... Vielleicht geht die jetzt komplett weg. Gesund. Koinecke ist wieder da. Das wäre ja super geil. Jetzt können wir McCall noch gesund machen. Wie sieht es da aus? Wahrscheinlich hat er jetzt hier... Stoß, linke Faust, rechte Faust. Alles super. Schön zusammengekloppt worden. Und Koinecke ist fit. Koinecke ist schnell. Es wird also wieder. Und wir sind in dieser Folge am Ende. Und ich, um was da für ein Briefchen kam. So, das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.